Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Filmfressen-Familie und hallo Peter. Ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge von Cinefeel, dem Podcast von uns beiden Filmfressen. Peter, wie läuft's? Hallo Manu, es läuft gut, auch in diesen Zeiten. Ich genieße die Ruhe, die Stille in der Stadt. Ich genieße das Artgereicht. Das ist schon alles, was ich brauche. Ja, das ist ja schön. Ich wollte nur kurz sagen, dass wir natürlich, also es gibt vielleicht den einen oder anderen, die einen oder anderen, die jetzt denken, haben die nichts anderes zu tun, außer in diesen Tagen über Filme zu quatschen und gibt's nicht wichtigere Themen? Doch, die gibt's, die gibt's aber auch sonst immer. Und für uns ist aber Film natürlich die Leidenschaft. Und es ist einfach so, natürlich machen wir uns auch Gedanken. Und natürlich haben wir auch private und persönliche Sorgen. Die hatten wir aber auch vorher schon immer. Und wir sind nicht privat hier. Das kann man schon mal so sagen. Deswegen ist es hier ein Film- und Unterhaltungskanal, den wir sehr gerne betreiben und hoffen, euch da eine Stunde mit mal aus dem Alltag zu entführen in unsere Welt oder in unsere gemeinsame Welt, die wir ja mit euch teilen. Und das bleibt dann auch jetzt so. Das wollen wir nun mal gesagt haben, oder? Auf jeden Fall. Also wir wollen jetzt nicht groß über Sorgen sprechen, sondern wir wollen versuchen, euch mit Filmmaterial, Filmideen, Filmtipps zu versorgen, damit ihr die Zeit zu Hause, wenn ihr in Quarantäne seid oder im Homeoffice seid, auch gut übersteht. Genau. Und für uns ist ja auch immer so eine Art Therapie, ist eine ganz gute Therapie-Session in der Art. Wir haben letzte Woche auch kurz über Unterstützung von Kinos gesprochen. Du als Kinobetreiber hast uns ja so ein paar Insights geben können. Generell, jetzt wird es ganz kurz mal politisch, bin ich jetzt nicht der Meinung, dass die untere bis obere mittlere Schicht dafür zuständig ist oder alleinig dafür zuständig ist, die wirtschaftliche Situation oder die komplette Wirtschaft hier aufrecht zu erhalten. Aber man kann trotzdem auch mal so ein bisschen was spenden, ein bisschen was Gutes tun. Man bekommt ja auch was. Wir hatten das Thema Soli-Gutscheine zum Beispiel. Und es ist auch immer eine Zeit, Labels zu unterstützen. Also wer jetzt zum Beispiel keine Filmsammlungen hat und komplett auf Streaming-Dienste zurückgreifen muss, die auch teilweise gedrosselt werden, der kann jetzt eine Sammlung sich anlegen, zum Beispiel was bestellen bei den Kollegen von Wicked Vision, bei den Kollegen von Turbine oder bei den Kollegen von Bildstörungen zum Beispiel. Oder er kann einfach dort seine Sammlung vergrößern. Wer dabei auch noch geil aussehen will, für den habe ich noch ein paar Klamotten-Tipps. Das sind coole Labels von coolen Leuten, die echt gute Sachen mit Herzblut herstellen. Das ist Seemannstod zum einen. Ultra-Trash, das sind auch Freunde und Kollegen. Dedicated und Bitches & Sons aus Hamburg würde ich da auch noch nennen. Peter, du kannst uns was zur Kino-Unterstützung bestimmt sagen. Was Kino angeht, da haben wir ja grundsätzlich, also wir Kinobetreiber ja grundsätzlich so ein bisschen die Sorgen, wie lange sich das Ganze hinziehen wird, wie lange die Kunden fernbleiben und ob und wie schnell die Kinokundenbesucher halt auch wieder zurückkommen, weil viele Verleiher ja mittlerweile ihre Kinofirme jetzt auch schon online anbieten, streamen gegen Gebühren, die sind auch gar nicht mal so niedrig. Aber im Endeffekt kann man auch zu Hause natürlich nur eingeschränkt das Kino-Feeling an sich reproduzieren. Und es gibt auch sehr viele Kinos, die halt jetzt in der Zeit, es kann sich da durchaus um Monate handeln, auf eure Unterstützung angewiesen sind. Das sind natürlich vor allem die kleineren Programmkinos etc. Aber auch natürlich ich als Mitglied einer großen Kette haben natürlich immense Einbußen. Deshalb kann ich direkt mal ein bisschen Werbung in Anführungsstrichen eigener Sache machen. Es gibt nämlich eine schöne Initiative von der Werbeindustrie. Das ist Weicher Cinema, die sich im Prinzip um die Werbung in den Kinos kümmern. Die haben jetzt eine Initiative ins Leben gerufen. Die findet ihr unter hilfdeinemkino.de. Dort könnt ihr euer Lieblingskino wählen und könnt euch dann Spots anschauen. Und je mehr Werbung ihr schaut, desto mehr Geld wird dann nicht nur dem Werbenden zukommen, sondern halt auch den Kinos. Also im Prinzip kann man sich das so vorstellen, als würdet ihr ins Kino gehen und guckt euch nur die Werbung an. Es tut halt nicht weh, sich eben mal gerade ein bisschen Werbung anzuschauen. Je nachdem, welchen Film man sich anguckt, ist die Werbung ja auch teilweise besser und unterhaltsamer. Das stimmt wohl. Auch ganz interessant, weil ein paar Promis auch darüber sprechen, was ihnen Kino bedeutet. Und ich glaube, jedem, dem das Kino etwas bedeutet, sollte halt auch im Hinterkopf haben, dass solche Initiativen nützlich sind, dass man dann halt auch in ein paar Monaten wieder in die Kinos gehen kann. Daher geht fleißig auf HilfDeinemKino.de, klickt euer Kino an, Lieblingskino an, schaut euch so viel Beerbung an, wie ihr könnt und wollt und unterstützt damit aktiv euer Kino. Das finde ich eine sehr gute Sache. Wie gesagt, ich sehe nicht nur uns in der Pflicht, da was zu tun, sondern vielleicht auch die Bundesregierung, da auf Dauer auf jeden Fall bessere Lösungen zu bieten. Als wenn das alles noch nicht genug wäre. Ist auch noch was sehr Trauriges passiert. Stuart Gordon ist gestorben im Alter von 72. Das ist ein Regisseur oder war ein Regisseur. Der hat unter anderem so tolle Filme gemacht wie Re-Animator oder From Beyond. Genau. Der hat sich häufig um H.P. Lovecraft-Verfilmungen bemüht. Also Castle Freak hat er auch gemacht. Dagon, den habe ich nicht gesehen. Okay. King of the Ants, das ist so aus seinen Spätwerken, den fand ich auch super. Und der hat ganz viele Sachen. Fortress, die feste, kennt man vielleicht auch noch. Einer der wenigen, den ich noch von ihm gesehen habe. Ansonsten auch noch Masters of Horror. Da hat er eine Episode gemacht. Zwei, also in jeder Staffel eine. Stimmt, genau. Einmal Lovecrafts Dreams in the Witch House und Poe's Black Cat. Ja, wurde auch noch nie verfilmt, aber ich glaube, von Black Cat gibt es unfassbar viele Verfilmungen. Ja. Ich glaube, auch jeder große Horrorregisseur hat dann mindestens einmal irgendwo wie seine Finger dran. Das ist sehr schade. Ich habe tatsächlich vor kurzem, was für ein Zufall, seinen letzten Film gesehen aus dem Jahr 2007. Der heißt Stuck. Der ist richtig cool. Den habe ich mir auch für ein paar Euro in diesem André, von dem ich letzte Woche im letzten Podcast schon mal gesprochen habe, habe ich mir den besorgt, weil ich den zuvor gar nicht kannte. Also, der Name war mir im Begriff. Ich habe mir den aber bis dato nicht angeguckt. In der Hauptrolle Mena Suvari und die männliche Hauptrolle übernimmt Stephen Rear, wie auch immer der ausgesprochen wird. Der basiert auf einer wahren Begebenheit. Und zwar ist da eine Krankenschwester auf dem Weg nach Hause von der Schicht, hat den Typen angefahren und der ist irgendwie in der Windschutzscheibe hängen geblieben. Und in ihrer Panik, sie wusste nicht, was sie machen soll, ist sie halt nach Hause gefahren und der Typ hing halt immer noch da drin und ist dann da irgendwann, glaube ich, elendig verreckt, wenn ich so die wahre Geschichte dann jetzt richtig rekonstruieren kann aus dem Kopf. Hat sie einmal den Scheinwächer eingesetzt? Das weiß ich nicht. Im Film aber ja. Der Film erzählt diese Geschichte, also basiert da lose drauf, weil er diese, also er fand diese Nachricht halt auch irgendwie so unfassbar und unglaublich, das muss man verfilmen. Das ist so, wenn du auf so eine Idee kommst und ein Drehbuch schreibst und sagt jeder so, ey, das ist so unrealistisch, das ist voll der Blödsinn. So ein Mumpitz, kann doch nicht sein. Aber dann, das Leben schreibt halt immer wieder die viel unglaublicheren Geschichten. Den Film kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen. Auch dir, Peter, ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Nein. Dann leichte den mal aus. Der ist wirklich cool. Der überstrapaziert das auch nicht mit dieser Idee. Der ist auch relativ knackig kurz vor der Spielzeit und bietet wirklich coole Unterhaltung. Da hat er ein paar geile Ideen reingebracht und der ist echt cool. Okay, ist er denn auch nicht zu sehr gealtert in seinem Schaffen? Weil Reanimator und From Beyond, das sind ja seine großen Werke, wo man noch sehr viel Liebe zum Detail und sehr obskuren und sehr fantastischen Elementen gesehen hat. Ja gut, fantastische Elemente gibt es jetzt hier nicht wirklich. Das ist halt sehr grounded, der Film, sehr geerdet, weil der halt auf wahren Begebenheiten basiert. Aber der hat auch wieder diesen schwarzen Humor drin. Reanimator ist im Prinzip auch eine Komödie. Ja. Eine Splatstick-Horror-Komödie, wenn man so möchte. Und auch Blutig. Der ist, glaube ich, auch ab 18. Er hat eine FSK 18 bekommen. Und alles schön mit handgemachten Effekten. Ist tatsächlich sein letzter Film, ne? 2007. Und der ist gut. Das wäre schon mein erster Tipp in Zusammenhang mit Stuart Gordon, also mit seinem Tod. Stuck. Und dann habe ich noch zwei kleine Tipps für Streaming-Dienste. Und das sind keine Filme, deswegen erwähne ich die wirklich nur kurz. Das sind Dokumentationen. Das eine ist Electric Boogaloo. Wer das nicht kennt, das ist eine Dokumentation über Canon Film. Canon Films Produktionsfirma von zwei sehr illustren Herrschaften, die in den 80er und Anfang 90er noch wirklich krasse Filme gemacht haben. Ja, so Sachen wie Over the Top. Die haben diese ganzen Chuck Norris-Geschichten produziert, Missing in Action und solche Sachen. Charles Bronson, die haben diese Death Wish 2, 3, 4, 5 und so ganz viele Sachen halt gemacht. Sehr günstig gedrehte Filme, sehr exploitativ, wenn man das so sagen kann. Viel Action, viel Blut, meist auch viel Erotik oder leicht bekleidete Menschen dabei. Die haben auf jeden Fall sehr viel produziert. Und das hat die auch wirklich immer unterschieden von Hollywood. Die meinen so, ja, vor allem der Mannachem, also der Extrovertiertere von den beiden, der hat halt immer gesagt, ja, Hollywood, die produzieren drei, vier Filme im Jahr. Wir produzieren ja 20, aber wir labern halt nicht so viel. Die anderen labern viel, die treffen sich, Meetings, Meetings labern und wir drehen halt Filme. Also passionierte Filmemacher, wer auf Canon Films steht und nicht nur, wer darauf steht, die Geschichte ist super interessant. Eine geile Doku und die gibt es auf Vimeo. Mal nicht einer von den großen anderen, sondern auf Vimeo kann man sich die derzeit gratis angucken. Und dann habe ich, das ist auch schon wieder ein paar Wochen her, einige Wochen her, Don't Fuck With Cats auf Netflix mir angeguckt. Das ist eine Dokumentation, die ist so unglaublich. Im Prinzip ist das True Crime über einen Typen, der Online-Videos veröffentlicht hat, wie er Tiere zu Tode quält. Und dann hat sich auf Facebook so eine Gruppe zusammengeschlossen von Leuten, die den ausfindig machen wollten. Klingt erstmal natürlich komplett nach einem aussichtslosen Vorhaben. Und die sind da ganz schön weit gekommen. Viel mehr verrate ich jetzt auch nicht. Irgendwann kommt auch die Polizei ins Spiel und die Behörden. Das ist so unfassbar wirklich. Natürlich, du denkst, du guckst einen Film, weil du, also das ist, mir ging es nicht in den Kopf, dass sowas wirklich passiert ist. Und das, das ist der Wahnsinn. Müsst ihr euch mal angucken, Don't Fuck With Cats ist auch noch relativ übersichtlich. Ich glaube immer so drei Teile, anderthalb Stunden oder so, ich weiß nicht, oder eine Stunde. Hast du, du hast das auch angefangen, ne? Ja, ich habe angefangen und ich muss leider sagen, ich habe zu einem Zeitpunkt ausgeschaltet. Da hatte ich Schiss davor, wie es weitergeht. Das war, als das erste Video von Katzen zu sehen war. Und ich hatte im Vorfeld ja schon gehört, worum es da im Großen und Ganzen geht. Und dann habe ich meine Freundin tatsächlich gebeten, das auszumachen. Weil ich, ich hätte das nicht sehen können, unabhängig davon, ob das dann im Endeffekt explizit geworden wäre. Das ist es ja nicht. Nein, die zeigen das dann, natürlich nicht. Ja. Man kann mich jetzt gerne als Pussy darstellen oder auch sehen von mir aus. Aber die Bilder, die sich an meinem Kopf abgespielt haben, ich konnte mir das nicht weiter anschauen. Das ist auch unfassbar grausam. Natürlich zeigen die es nicht, aber mir ist da auch regelrecht übel geworden, weil es so übel ist. Und diese Geschichte entwickelt sich aber auch noch in unglaubliche Sphären. Also ich kann es trotzdem wirklich nur jedem empfehlen, der das abkann und der auf True Crime steht. Das muss man mal gesehen haben, dass sowas wirklich passiert ist. Und wie das dann auch noch sich entwickelt hat und wie man ihm dann irgendwie auf die Spur kommt so langsam. Unfassbar packend und interessant. Aber das nur mal so als Dokumentationstipps nebenbei. Okay, Peter, dann überlasse ich dir mal das Feld für den ersten Film, den du besprichst. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, dann darfst du das ja auch gerne mal nachholen. Der erste Film, den ich besprechen möchte, den habe ich auch schon bei Instagram angeteasert. Hat nicht so viele Leute anscheinend interessiert. Kann aber daran liegen, dass der Film tatsächlich relativ unbekannt ist. Es ist also ein Film aus einem ganz normalen Home-Entertainment-Bereich. Den habe ich mir vor ein paar Wochen tatsächlich aus England mal bestellt, weil ich derzeit versuche, relativ viele Horror-Klassiker nachzuholen. Wenn er ein Klassiker ist, dürfen ihn auch viele kennen, oder nicht? Ja, das ist aber ein eher unbekannter Klassiker. Also der war tatsächlich anfänglich, ich habe den Titel schon wieder nicht genannt, den möchte ich kurz mal nachschieben. Das ist Vampyr, im Deutschen noch mit dem Untertitel Der Trauben, der ist Alan Gray, beziehungsweise im Verleihtitel war das auch The Dream of Alan Gray. Der Regisseur ist Däne, Karl Theodor Dreyer. Der ist in Deutschland mal nicht produziert worden und ist damals von der Kritik sehr schlecht aufgenommen worden. Der ist nicht gut angekommen. Mittlerweile gilt er auf jeden Fall als absoluter Horror-Klassiker und tatsächlich sogar als ein Meilenstein, was Filmtechnik angeht. Also man hat sich mit diesem Film damals in der Presse vor allem auch sehr schwer getan, weil man das nicht so ganz einordnen konnte, was er da versucht. Wie gesagt, die Technik steht ja tatsächlich auch ein bisschen im Vordergrund. Und was war denn da so die bahnbrechende Technik? Also bahnbrechen nicht, aber es war interessant, was er gemacht hat. Also zunächst einmal, es war Dreyers erster Tonfilm, der aber noch sehr stark an den Stummfilm angelehnt war. Wir hatten viele Zwischentitel und es wird auch nicht wirklich geredet. Also das Ganze wirkt dann halt schon fast komplett wie ein Stummfilm. Man muss auch nicht immer reden. Ja. Das finde ich aber sehr passend, dass ich das in einem Podcast sage. Ja, Schweigen ist manchmal Gold. Reden ist Schweigen, Silber ist Gold. Richtig. Das hast du schön zitiert. Also relativ wenig gesprochener Text, sehr simple Handlung und hier steht halt tatsächlich die visuelle Aussagekraft im Vordergrund. Er setzt hier ganz spezielle Kamerafilter ein und hat auch eine sehr interessante Beleuchtungstechnik. Das, was den Film tatsächlich häufig auszeichnet, sind, dass er Außenaufnahmen bei Morgen- und Abenddämmerung teilweise gedrägt hat. Das Ganze hat dem Ganzen so eine sehr traumartige Atmosphäre gegeben. Heute wird man glaube ich sagen, mein Gott, was ist das so grell. Also man hat teilweise das Gefühl, dass so ein Nebel über der ganzen Szenerie liegt. Ja. Was die Beleuchtungstechnik angeht, war das auch sehr interessant, weil die Schatten teilweise Eigenleben geführt haben. Also hier geht es um eine ganz, ja, nicht klassische, aber eine relativ simple Vampirgeschichte. Das ist ein Student, den es zu einem Gasthaus verschlägt, in dem oder beziehungsweise das sich an einem Ort befindet, wo halt unheimliche Dinge passieren. Denn dieses Dorf quasi ist von einer Vampirin verflucht. Und der Student recherchiert im Prinzip hier und verspricht einem Schlossherren, ihm dabei zu helfen, dieses Dorf von diesem Fluch dieser Vampirin zu befreien. Er erzählt auch sehr geradlinig, ohne große Wendungen etc., weil, wie gesagt, die Narrative hier zurücksteht. Hier geht es halt, wie gesagt, hauptsächlich um die technische Finesse, die er hier einsetzt. Ich war eben ganz kurz bei den Schattenspielen. Die Schattenspiele, also das Spiel mit der Beleuchtungstechnik, mit der Belichtung, mit Licht etc., das ist echt, das hat man damals halt noch nicht gesehen, weil die Schatten hier Eigenleben führen. Also man sieht halt die Szenerie, Figuren werfen einen Schatten auf die Wand und diese Schatten haben dann parallel ganz andere Bewegungen als die Figuren, die diesen Schatten werfen. Ja, aber das war ja dann keine Absicht. Also es klingt jetzt so, als wenn das Zufall war. Äh, nee, überhaupt nicht. Das ist beabsichtigt. Also das Schatten hat halt, wie gesagt, in einem Leben geführt, was dann halt auch wieder was für die Geschichte bedeutet hat. Ja, ja, aber Eigenleben, das klang jetzt so nach, hat der Regisseur keine Kontrolle drüber. Deswegen klang das als so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Aber er hat das Schattenspiel genau so eingesetzt, dass es eine Bedeutung auch für die Geschichte hatte. Okay. Dann haben wir unter anderem, dass Szenen teilweise rückwärts ablaufen, wodurch das Ganze auch wieder eine ganz interessante Dynamik kriegt. Auch hier wird wieder dieses Albtraumhafte ein bisschen hervorgehoben. Und der Protagonist sieht sich irgendwann selbst in seinem Sarg liegen, also verlässt halt seine körperliche Hülle. Das war halt auch was, was man, der Film ist von 32, meine ich, was man zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen hatte. Dieser ganze Einsatz von Spezialeffekten, die halt zur damaligen Zeit auch relativ innovativ waren, haben halt tatsächlich einen großen Anteil daran, dass wir so eine surreale Wirkung bei diesem Film haben. Und dadurch tatsächlich auch permanent eine sehr bedrückende Atmosphäre. Man merkt so latente Bedrohungen, weil man hier auch ständig einen Wechsel von Traum und Wirklichkeit hat, was heute ja im Film gang und gäbe ist. Ja, im Genre-Bereich auf jeden Fall. Ich habe immer wieder mal die Erfahrung gemacht, dass solche Sachen, so dieses, genau dieses Spiel oder die Wechselwirkung zwischen Traum und Wirklichkeit, einige, wie formuliere ich das jetzt, ohne Leute vor den Kopf zu stoßen, sage ich mal, einige unerfahrene, jüngere Zuschauer, Leute, die sich aktuelle Filme angucken und die sehr schätzen, dass das die verwirrt. Ja, und dass sie nichts damit anfangen können, ne? Ja. Und das ist halt die Sache, das war halt damals auch so der Fall. Damit konnte man tatsächlich nichts anfangen. Und deshalb ist der halt auch erstmal von der Kritik verrissen worden, hat dann nachträglich aber tatsächlich noch den... Ruhm erfahren. Genau, genau. So wie Blade Runner oder andere Filme. Genau. Also ein Schwarz-Weiß quasi noch Stummfilm, obwohl eigentlich schon Tonfilm. Eines sehr talentierten Regisseurs, zumindest von dem, was man so liest, ist der einzige Film, den ich von ihm kenne. Aber dennoch ein sehr sehenswerter und eher unbekannter Vampirfilm. Kann ich nur empfehlen. Das ist auch schon mal ein super Tipp. Da freue ich mich immer über so ältere Filme, die noch nicht so bekannt sind. Und Vampir-Genre, da bin ich eh nicht so bewandert, nicht so mein Favorisiertes. Da kann man noch ein bisschen was nachholen. Coole Sache. Ich habe ein bisschen Netflix geguckt in letzter Zeit und eine Horror-Anthologie gefunden. Ah, schön. Die heißt XX. Ah. Aus dem Jahr 2017 oder XX, wie auch immer. Also es steht für die Chromosomen. Ah. Das ist eine Horror-Anthologie, die vier Episoden umfasst und die sind alle von Regisseurinnen. Ah. Von Frauen. Ist das nicht chauvinistisch? Wenn ich das sage, ist es definitiv chauvinistisch. Frauen als Frauen zu bezeichnen, ist es definitiv sehr chauvinistisch. Nein, ich meinte, dass nur Frauen hier Regie geführt haben. Ja, ja. Okay. Das ist eine Unverschämtheit. Nein. Kann man ja mal machen. Wie fange ich das jetzt an? Ja, Horror-Anthologien sind immer so ein Ding. Ja. Ist schwierig. Ja. Gab es in den letzten Jahren auch wenig bis gar nichts Gutes. Ja, aber es gab viele. Es gab so einen Hauf-Anthologien. Die erste Episode basiert auf einer Geschichte von Jack Ketchum. Ah. Die kennt man auch. The Woman und so weiter. The Offspring und was der da nicht alles geschrieben hat und wurde ja auch schon einiges verfilmt. Die Episode heißt The Box und Regie hat geführt Jovanka Vukovic. Das ist die Regisseurin unter anderem von Riot Girls. Ah, cool. Ein sehr cooler Beitrag aus dem letzten Jahr, der auf dem Fantasy-Filmfest lief. Und The Box ist tatsächlich sehr cool. Also gut, es geht darum, eine Familie, eine Mutter mit zwei Kindern, ist in der U-Bahn und da ist so ein merkwürdiger Typ mit so einem Geschenk in der Hand und der Sohn würde gerne wissen, was da drin ist. Und er sagt so, ja, ich zeige es dir. Er macht halt das auf. Der Sohn guckt rein, verfällt sofort in Schockstarre. Ich kann überhaupt nicht formulieren, was er da gesehen hat. Der Mann steigt aus, verabschiedet sich und so weiter. Und seitdem isst der Sohn nichts mehr. Okay. Der verweigert sich dem Essen komplett, dem Familienessen und so. Das bringt dann irgendwie den Vater, also die waren ohne den Vater unterwegs, den Vater dann irgendwann so, nicht zu Weißglut, aber halt so zur Verzweiflung. Er weiß ja nicht, was er machen soll. Er kriegt seinen Sohn nicht dazu, was zu essen. Er wird auch immer magerer. Die Schwester fragt ihn dann, ja, was denn da drin war und so. Er flüstert es ihr zu, ohne dass wir auch mitbekommen, was es ist. Und fortan isst die Tochter nichts mehr. Das wird halt weitergereicht, auch an den Vater. Der Vater erfährt dann auch irgendwann, was da drin war. Und auch er hört auf zu essen. Dann sterben die alle an Verhungern. Spoiler, ja. Genau. Und das ist so eher Familiendrama. Man merkt schon in der ersten Folge, die Produktion ist relativ günstig. Da war nicht so viel Geld für diese Reihe an Horror-Episoden. Aber der Beitrag ist sehr, wie soll ich sagen, der packt einen schon. Und der ist, obwohl das unbekannte Darsteller sind, gut gespielt. Das ist gut inszeniert. Der arbeitet sehr gut mit der Spannung. Der ist sehr beunruhigend, der Film. Das muss man wirklich sagen. Der ist, ganz unangenehme Atmosphäre herrscht da. Weil da passiert jetzt nicht irgendwie keine Jumpscares oder so. Und man sieht auch eine Szene, in der es ein bisschen blutig ist. Aber ansonsten ist das eben so dieser Horror. Die essen einfach nichts mehr. Und man will halt unbedingt wissen, was ist denn da drin? Was ist denn da passiert mit denen? So eine krasse Psycho-Horror-Episode. Die zweite Episode heißt The Birthday Party. Ist von Annie Clark. Die ist vor allem als Sängerin und Musikerin bekannt. Unter dem Namen St. Vincent. Ich kannte sie nicht vorher. Keine Ahnung. Und da spielt unter anderem hier die Melanie Linsky. Heißt sie, glaube ich, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und ich erinnere, die spielt die Rose by Two and a Half Men. Daher kennt man die hauptsächlich. Da geht es darum, sie ist eine Mutter und der Sohn hat Geburtstag. Geburtstag und der Vater kommt auf, ja, er kommt ums Leben. Und sie will jetzt den Geburtstag des Jungen nicht versauen und versteckt halt die Leiche. Also will irgendwie diesen Tod des Vaters vertuschen. Und dann gibt es so ein paar merkwürdige Situationen. Dann die Nachbarin oder Freundin klingelt und irgendwie muss sie halt die ganze Zeit dann halt da den Leichnam verstecken. Und naja, kommt dann so ein bisschen in die Bredouille. Und ja, dann gibt es halt die offensichtliche Pointe am Ende. Ja, fand ich jetzt nicht so tolle. Achso, was bei dieser Anthologie auch noch die Sache ist, im Zentrum stehen immer Frauen. Das ist immer aus Sicht einer Frau. Okay, ja. Da haben nicht nur Frauen Regie geführt, sondern die Protagonistinnen sind auch dann immer Frauen. Ja, das ergibt ja auf jeden Fall Sinn. Ja. Dann, also war auch nicht so dolle. Nächste Episode heißt Don't Fall. Ist von Roxanne Benjamin. Die hat so Sachen gemacht wie Southbound. Und ich glaube, Episoden für VHS und SVHS. Hat sie auf jeden Fall mitproduziert, irgendwie sowas. Und das ist eine absolute Unverschämtheit, diese Folge. Ja, es ist eine Gruppe von Freunden, die gehen campen. Und auf einmal kommen Monster, die beschwönen irgendwie so einen alten Geist. Und dann kämpfen die gegen Monster. Ende. Was? Also es ist die absolute Standard-Horror-Geschichte. Es ist super banal und doof. Will ich gar nicht weiter darüber sprechen. Aber wenigstens irgendwie halbwegs cool inszeniert, oder? Ach, nix. Gar nix. Scheiße. Wirklich. Völliger Mumpitz. Überflüssig. Absolut überflüssig. Die letzte Episode heißt Her Only Living Son. Das ist von Karin Kusama. Die hat Filme gemacht wie Destroyer zum Beispiel. Ah, mit Nicole Kidman. Ja. Dann Jennifer's Body und Aeon Flux. Und das reicht auch eigentlich zu wissen. Scheiße. Wie gut die ist. Ja, also Aeon Flux war echt scheiße. Ja, Jennifer's Body ist auch Schrott und Destroyer ist auch meines Erachtens nicht gut. Äh, ich fand den Destroyer fand ich ganz cool. Jennifer's Body war doch hier mit Megan Fox, oder? Ja. Ja. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich ihn gesehen habe. Ja, ich habe mir den mal angeguckt auf Netflix. Und allein, dass ich nicht mehr genau weiß, was da passiert, sagt alles. Ja, okay. Es ist eine Hommage an Rosemary's Baby. Oh. Ähm, das kann man nicht leugnen. Das ist, äh, der Einfluss ist, äh, ganz, ganz deutlich. Nur im Prinzip, dass es nicht um eine Mutter geht, die schwanger ist, sondern der Sohn ist halt 18, wird gerade 18. Und dann kommen halt Leute, ne, von außen, die halt sagen, ne, er weiß halt nicht, wer sein Vater ist und so, ne. Und irgendwie läuft es dann darauf hinaus, dass er halt, ne. Hm. Also, Rosemary's Baby sagt ja schon alles, ne. So, wer dann sein Vater ist, ein paar. Ja. Das ist das Ding, braucht man nicht. Also, weil, dann gucke ich mir halt Rosemary's Baby an. Fertig, ne, so. So, diese Anthologie kann ich euch nicht empfehlen. Ich würde so sagen, ihr könnt die gerne mal bei Netflix anklicken, dann schaut ihr euch The Box an, die erste Episode. Und dann brecht ihr ab. Genau, danach hört ihr auf zu gucken. Und dann könnt ihr auch getrost, obwohl die Episode cool ist, einen Daumen nach unten geben, damit euch so ein Scheiß nicht mehr in die Timeline gespült wird. Ja, ne, eine Anthologie zum Vergessen. Schade. Und auch die The Box, das ist eine gute Episode, ist ein guter Kurzfilm, aber auch nicht mega geil. Ja. Bin ich ganz ehrlich, nicht so doller. Bin ich ja ganz froh, dass die Einnahmen des Films nicht ansatzweise das Budget gedeckt hat. Ich hab gar nicht nachgeguckt. Hat der überhaupt Budget gehabt? Äh, zwei Millionen. Zwei Millionen US-American USD-Dollars. Richtig. Das ist ja schon mal nix an Budget. Ja, aber Box-Office war dann fünfstelliger Bereich. Ich wusste nicht, dass der ins Kino kam. Hat er auch nicht verdient. Sundance und ich glaub, der hatte einen limitierten Start in den USA. Ja. Schrott. Was an der Anthologie auch so merkwürdig ist, man hat anscheinend so zwischen der Produktion und den einzelnen Episoden, also insgesamt in Produktion und der Produktion der einzelnen Episoden hat man sich anscheinend nicht so abgesprochen. Denn es gibt so ein Element, was irgendwie die Episoden jetzt nicht wirklich verbindet, nicht inhaltlich oder so, aber man sieht so ein bisschen so Puppenhäuser und Puppen und so mit so Stop-Motion-Animationen, die immer dann so zur nächsten Folge führen. Und da wird dann der Titel eingeblendet der Episode. Ja. Dann fängt die Episode an und in dem Kurzfilm selbst hat man auch sich noch für eine Titel-Einblendung entschieden. Das heißt, der Titel wird zweimal eingeblendet. Das ist ja bescheuert. Ja, es ist auch handwerklich schon Kappes. Ja. Naja, Blödsinn. Ja, schade. Also keine Empfehlung. Soll ich denn dann vielleicht mal mit einer Netflix-Empfehlung weitermachen? Sehr gerne. Also das ist von mir jetzt schon eine ernsthafte Empfehlung, die ich jetzt aussprechen werde. Es ist übrigens nicht Netflix, sondern Amazon Prime. Ach, okay. Das war am Rande. Ich hatte nämlich auch tatsächlich... Du hast also eine sehr gute Empfehlung von Netflix für Amazon Prime. Richtig, genau. Der Film nennt sich La Ragazza Nella Nebbia. Der Nebelmann. Das ist ein Film. Aus Italien. Aus Italien. Aus dem Jahre 2017. Es ist unter anderem auch ein Regie-Debüt von Donato Carisi. Ist auch ein Italiener, wie man am Namen unschwer erkennen kann. Der ist aber eigentlich ist das ein Schriftsteller. Und der ist auch der Schriftsteller dieses La Ragazza Nella Nebbia. Das heißt, der hat seinen eigenen Roman hat er verfilmt. Der hat Drehbuch geliefert, produziert meine ich auch und Regie geführt. Das kann ja ganz schön nach hinten losgehen, ne? Das kann nach hinten losgehen. In dem Fall ist es das aber nicht. Erfreulich. Ja, auf jeden Fall. Der hat tatsächlich für den Film auch einen Preis gekriegt. Den David Di Donatello. Den ich tatsächlich aber auch nicht kenne, muss ich sagen. Ist aber anscheinend einer der renommierteren italienischen Filmpreise. Ja, also, wir befinden uns hier in einem kleinen, abgelegenen Bergdorf in den Alpen, wo ein kleines, sechsjähriges Mädchen, Anna Lu, auf dem Weg zur Kirche, zur Kirchengemeinde, Treffen mit Freundinnen, verschwindet. Dann wird ein Sonderermittler, der sich hier Vogel nennt. Er hat auch einen Vogel, aber er heißt vornehmlich Vogel, kommt hier ins Spiel und nimmt die Ermittlungen halt auf, untersucht den Fall. Das Problem ist, dass dieser Sonderermittler einen etwas angeknacksten Ruf hat, da der vorangegangene Fall tatsächlich ein bisschen misslungen ist und halt seinen Ruf in ein wenig Mitteleinschaft gezogen hat. Er nimmt diesen Fall auf, um sich quasi zu rehabilitieren. Ein Erfolg muss her, damit sein Ansehen halt auch wieder steigen kann. Und dafür sind ihm halt alle Mittel recht. Jetzt könnte man schon vermuten, dass er vielleicht auch ein bisschen korrupt ist, dass er sich die Beweise so ein bisschen legt, wie er es gerade braucht. Und den Leuten würde ich sagen, guckt euch den Film an. Den Leuten, die das behaupten. Genau, allen anderen auch, aber ich möchte dazu nicht allzu viel verraten, weil man hier sehr, sehr schnell spoilern kann. Der Film hat einige Wendungen und auch ein paar interessante Wendungen. Der spielt mit seinen Figuren ein bisschen Katze und Maus und damit halt auch gleichzeitig mit dem Zuhörer, mit dem Zuschauer natürlich. Wir haben hier ein, zwei Verdächtige, einen vorweg. Und wir wissen halt gar nicht so richtig, wer hier Opfer, wer Täter ist. Gut, wir wissen, wer Opfer ist. Wir wissen aber nicht immer, wer der Täter bzw. der Jäger und wer der Gejagte ist. Das Ganze wird auch eingebettet in eine Rahmenhandlung. Da haben wir jetzt eine kleine Parallele zu einer Anthologie. Im Allgemeinen haben die auch Rahmenhandlungen. In dieser Rahmenhandlung ist auch ein sehr bekannter Schauspieler zu sehen. Und zwar Jean Reno. Der ist ja bekanntlich auch Italiener. Hauptberuflich Italiener. Der spielt hier einen Psychologen. Und der hat so eine Art Therapiesitzung mit dem Herrn Vogel, also mit dem Ermittler. Auch Französisch oder Italienisch? Sprich ihr Italienisch? Die sprechen Deutsch. In der Synchro vielleicht. Ja, ich weiß es nicht. Ach du Synchro-Gucker. Nee, ich habe ja den tatsächlich in der... Also der Film ist, meine ich, komplett auf Italienisch und in den Passagen ist er, glaube ich, auf Englisch. Also spätestens da hätte ich ja auf jeden Fall mal auf den O-Ton geschaltet, nur um mal zu gucken, aus Interesse. Das war mir egal. Da ich ja alles verstanden habe. Und Jean Reno hatte auch seine bekannte Synchro-Stimme. Was mir ganz gut gefallen hat. Auf jeden Fall, das bildet halt die Rahmenhandlung und ein Gespräch zwischen den beiden. Ich glaube, da verrate ich nicht so viel. Doch, tue ich. Deshalb sage ich es nicht. Okay, und der ist gut, ja? Der Film? Ja. Ja. Der ist relativ gut inszeniert, dafür, dass es halt eigentlich ein Autor ist, der nichts Filmschaffenden zu tun hat. Der hat ein sehr ruhiges Tempo, erinnert manchmal so ein bisschen an die nordischen Krimis, weil er halt auch in den Alpen, ne? Da mit Schneelandschaften, etc. spielt. Was das Tempo angeht, sehr gemütlich. Das fand ich aber sehr gut, weil das Ganze ein character-driven Film ist, ne? Also der lebt halt hauptsächlich von den Figuren, ne? Wir haben hier im Prinzip, ja, eigentlich zwei große Charakterstudien. Das ist die von dem Agenten, also von dem Sonderemittler und von dem Haupttatverdächtigen. Das erinnert mich jetzt vom Erzählen so ein bisschen auch an Oriol Paolo, so von seinem Stil. Also nicht das mit dem nordischen, aber so mit den Figuren und viele Wendungen und so. Ja, ist aber leider nicht ganz so ausgeklügelt. Das ist nochmal eine andere Liga. Es ist eine Empfehlung, aber es ist nicht, die hat nicht die Qualität eines Herrn Paolo. Es ist solide inszeniert, es hat ein vernünftiges Pacing, fokussiert sich gut auf seine Figuren und seine verstachtete Handlung, hat aber manchmal leider so kleine Erklärungsnöte. Also manchmal verheddert er sich so ein bisschen in seinen verstachtelten Handlungssträngen. Manchmal verliert er den Fokus bei der einen oder anderen Figur. Es sind häufig kommen Fragen auf, die sich auch im Nachhinein nicht so ganz klären. Aber was halt cool war, war, dass man hier die ganze Zeit miträtseln kann. Vieles ist halt nicht so, wie es scheint. Er legt Pferden. Leider war mir tatsächlich aber von Anfang an eine Sache klar. Ja, die möchte ich jetzt aber nicht erwähnt haben. Es war alles nur ein Traum. Nee, das wäre ja viel zu simpel. Der Gärtner ist der Mörder. Es gab, gab es einen Gärtner? Nee, ich glaube nicht. Ja, es gibt zwei Mörder. Irgendwie sowas, genau. Ich habe jetzt mal gerade alle Klischees durchgerattert. Interessant ist es vor allem halt auch in den Dialogen, weil wir ja teilweise echt interessante verbale Schlagaustausche haben. Und wie gesagt, die Szenerie sorgt halt auch dafür, abgesehen davon, dass sich das so ein bisschen wie so ein nordischer Krimi anfühlt, sorgt für eine coole Atmosphäre, weil halt auch vieles von der Geschichte so im Nebel liegt. Du kriegst halt immer wieder Hinweise und musst dir das alles so ein bisschen zusammenreimen. Aber interessant ist es halt vor allem, was die eine oder andere Figur sagt, weil das Gesagte hier tatsächlich häufig viel wichtiger ist als das, was die Personen tun. Ich fand den insgesamt, fand ich den sehr spannend, atmosphärisch. Der ist im Endeffekt leider nicht so clever, wie er sein will. Also ich werde mir das Buch, glaube ich, tatsächlich mal holen und lesen. Soweit hat mich das dann doch überzeugt. Aber da ist halt tatsächlich, was die Qualität angeht, noch Luft nach oben. Aber dennoch, es war ein mehr als grundsolider Thriller, Kriminalfilm aus Italien, der mir ganz gut gefallen hat. Hat halt, wie gesagt, ein paar kleine Problemchen, aber im Großen und Ganzen fand ich den gut. Da bin ich wirklich schwer überrascht, muss ich sagen. Dass ich den gut finde oder das? Nee, dass du dir ein Buch kaufen möchtest und das lesen möchtest auch. Auf Deutsch wohl bemerkt. Ja und? Ja, ich bin gespannt. Okay. Kannst ja auch mal was dazu sagen. Das werde ich machen. Was kannst du denn hier noch beitragen? Ich habe noch einen Film auf Netflix gesehen, der heißt La Influencia. Ist ein hispanischer Horrorfilm. Ja, schön. Die Influence. Unter dem Namen findet man den bei Netflix. Aus dem Jahr 2019, also sehr aktueller Beitrag. Es geht hier, also im Zentrum steht die Krankenschwester Alicia, die zusammen mit ihrem Mann Mikel und ihrer Tochter Nora im Gepäck in ihre Heimatstadt und auch in das Haus ihrer Kindheit zurückkehrt. Denn ihre Mutter Victoria, die liegt im Koma bzw. im Sterben und wird halt nur noch künstlich am Leben erhalten. Dort trifft sie auch auf ihre kleine bzw. jüngere Schwester Sarah. Und diese beiden verbinden ganz schreckliche Erinnerungen in diesem Elternhaus eben und an die Kindheit im Zusammenspiel mit ihrer Mutter. Denn diese scheint eine Hexe zu sein oder sich zumindest mit solchen Ritualen irgendwie zu befassen. Und offensichtlich hat sie jetzt auch so einen ganz krassen Einfluss, deswegen die Influence, La Influencia, auf die Enkelin, also auf die Nora, dieses kleine Mädchen zu haben. Es geht auch so ein bisschen um das Erbe und es ist im Prinzip ein Familiendrama mit Hexenhorror-Elementen. Das ist soweit gut, solide bis gut, dass es halt so starke emotionale Momente gibt. Die wechseln sich dann aber wieder mit so Hexenspuk und Jumpscare-Szenen ab. Wo ich dann sage, also in diesen familiären Szenen ist der Film immer wieder gut und in diesen Horrorszenen ist er dann doch wieder schwächer. Weil die eigentlich meistens nicht über den Standard hinauskommen. Es gibt dann noch so ein relativ überraschendes Ende und ein Finale, das ja eben halt auch eigentlich relativer Standard ist. Ist schwierig. Also ich würde den als Mittelmaß einstufen. Der hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gehauen. Wie gesagt, da gab es immer wieder mal ein paar Szenen, die ganz wirklich schockiert haben, die wirklich richtig fies waren. Aber das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass ich halt so ein paar Sachen sehr eklig finde. Also wenn es zum Beispiel um Finger oder Fußnägel geht. Das ist für mich schon echt schlimmer Terror. Und interessant war aber, dass dann wirklich so mit dem Mädchen und diesen und dass sich halt so nach und nach diese Geschichte aufdeckt, was denn da früher los war. Und wie diese Großmutter, also diese Viktoria eben mit ihren Töchtern umgegangen ist. Da gibt es ein paar wirklich erschreckende und grausame Szenen. Der Rest des Films ist dann halt leider doch Standard. Da ist man gerade aus Spanien Besseres gewohnt. Gerade was den Bereich Horror und Thriller angeht. Oder auch Familiendrama. Deswegen, die Influence kann man sich mal geben. Also wen das anmacht, wer sagt sowas wie Mama zum Beispiel, findet er auch gut. Oder wen das nicht so stört, so diese Schockmomente und diese Hexenspuk-Szenen. Wer auf sowas steht, auf jeden Fall gucken. Ansonsten, ja, also ich werde mir wahrscheinlich so schnell oder vielleicht gar nicht mehr nochmal angucken. Dann lieber Lalo Ronas Fluch. Nee, nee, nee. Also so, Moment, so schlimm ist er nicht, aber so schlimm ist er auch kaum. Ein anderer Film. Das stimmt wohl. Ja, schade. Aber wir bleiben ja in Spanien. Wir bleiben in Spanien und begeben uns in die Untiefen eines Schachts. El Ojo. The Platform. Genau. Ein Film aus, ja, also. Das ist die Sache, ne? Ist ja eigentlich aus 2019. Aber erst seit 2020, seit dem 20. März, seit letztem Freitag erhältlich. Genau. Und jetzt schon von uns besprochen. Wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen drauf gefreut, oder? Ja, der Schröck von Kino Plus hat ja auch schon seine Empfehlungen da ausgesprochen. Der hat den in Citius, glaube ich, gesehen, auf dem Festival. Und ich habe auch Gutes gehört. Und das Thema hat mich natürlich, ne, so, wie soll ich sagen. Neugierig gemacht. Sehr neugierig gemacht. Ich mag das ja gerne, wenn es um Kapitalismus gegen Demokratie geht. Oder wenn es um Kapitalismuskritik geht. Da bin ich ja natürlich an vorderster Front dabei. Wer mich kennt, weiß da Bescheid. Und hier ist es auch so. Peter, worum geht es? Ist ja ganz schnell erzählt. Was passiert da? Wir haben hier Goreng, der wacht in einem, ja, quasi Gefängnis auf. Hat einen Zellengenossen. Das Ganze befindet sich auf einer Ebene. Und er bemerkt halt schnell, dass es über ihm und unter ihm Ebenen gibt. Man erfährt erst im Laufe des Films, wie viele insgesamt drin sind. Und täglich fährt quasi ein, ja, so eine Art Aufzug von oben nach unten runter. Auf dem riesige Portionen an Essen, sag ich mal, drauf ist. Aber je weiter unten man sich in diesem Gefängnis befindet, desto weniger ist natürlich im Endeffekt auf diesem Tisch drauf. Und ja, ich glaube, das war so. Jeden Monat wacht man quasi auf einer neuen Ebene auf. Genau, man hat nur einen gewissen Zeitraum, sich da zu bedienen an diesem Tisch und darf auch nichts behalten. Stimmt, ansonsten wird es warm, also ansonsten wird die Temperatur erhöht oder erniedrigt, sodass man entweder verbrennt oder erfriert. Ganz genau. Genau, mehr sollte man da auch nicht verraten, weil das, glaube ich, auch so ein bisschen den Reiz, eigentlich nicht. Also ich finde, das ist auch so ein Spoiler-resistenter Film. Wenn ich jetzt sagen würde, wie der ausgeht, würde der trotzdem den Impact und die Aussagekraft des Films tatsächlich nicht zerstören? Nee, aber natürlich unsere Abonnentenzahl reduzieren. Ja, das wollen wir nicht. Den Zorn der Filmfressenfamilie auf uns ziehen. Jetzt hat die Frage, können wir das Ende nicht trotzdem besprechen? Ich glaube, dass die meisten, das ist jetzt eine Woche, ist der online und da ja viele viel Zeit haben jetzt, wahrscheinlich hat den dann, und die Leute, also die da Interesse dran haben, haben ihn wahrscheinlich schon gesehen. Das ist für mich schwierig zu entscheiden jetzt. Wir können ja Sachen sagen, ohne da genau zu beschreiben, was dann da ist. Genau, das wollte ich gerade sagen. Wir müssen ja nicht genau darauf eingehen, was passiert. Es reicht ja schon im Prinzip die Richtung, beziehungsweise es wird ja eine klare Aussage am Schluss auch getroffen. Genau, also wir haben diese Ebene Null, das ist ganz oben, da ist alles sauber, toll, das ist quasi, könnte man sagen, das ist den Himmel repräsentiert. Genau. Da werden diese Speisen zubereitet und das sind ja auch nicht irgendwelche Speisen, also jetzt nicht irgendwie Reis mit Gemüse, sondern das ist ja Hummer und ganz... Ja, das ist vor allem, Entschuldige, das ist vor allem das Essen, was die Insassen sozusagen als ihr Lieblingsessen nennen. Das wird ja an der Hauptfigur eindeutig, auf dessen Speisekarte steht ganz oben Schnecken und die landen halt da drauf und dann halt von allen anderen Insassen halt auch die leckersten Sachen, die sie sich sonst so gerne reinschieben würden. Und wir sehen dann halt die verschiedenen Leute, er wacht ja, das ist nochmal wichtig zu wissen, am Anfang in einer der mittleren Ebenen auf. Da sind auch ganz viele über ihm und seinem Zellengenossen, der schon länger da drin ist und der sehr routiniert ist und der momentan sehr zufrieden ist mit der Situation, weil er halt da in der Mitte ist. Er hat immer genug zu essen, da ist zwar nicht super viel, was übrig ist und es sind aber noch genug Leute unter ihm. Und dann geht es natürlich darum, wie geht man da miteinander um, lässt man genug für die da unten da, stopft man sich den Wanst voll jedes Mal, rationiert man. Das ist ja zum Beispiel von seinen Zellengenossen, diese Idee verwirft er direkt als Kommunismus und verschreit das sogar als Kommunismus. Er sagt, das ist ganz schlimm und bist du etwa Kommunist und sowas. Unser Protagonist, der ist ja freiwillig da. Das ist noch vielleicht eine wichtige Information, viele sind es nämlich nicht. Und jeder darf einen Gegenstand mit reinnehmen und er nimmt Don Quixote mit hier das Buch. Er ist doch der Einzige, der ein Buch dahin mitgenommen hat. Sein Zellengenosse, sein erster Zellengenosse, so viel kann man schon mal verraten, der hat ein Messer dabei. Das sagt natürlich erstmal was über seinen Charakter aus, aber interessant ist die Geschichte hinter dem Messer, die nämlich auch schon so eine Art Kapitalismuskritik ist, aber er ist trotzdem irgendwie zufrieden mit seiner Situation zunächst. Und es ist halt so, dass wirklich die Leute, die ganz unten sind, die bekommen halt nichts mehr zu essen und die müssen sich anscheinend dann, also die fressen sich gegenseitig. Also nicht nur sprichwörtlich, sondern auch tatsächlich. Wie gefällt dir das denn, Peter? Mir hat der Film verdammt gut gefallen. Also erstens, der Film hat mich natürlich so ein bisschen an das Experiment, also den Deutschen, das Experiment mit Moritz Bleibtreuer erinnert, weil man das Ganze auch als psychosoziologisches Experiment sehen kann. Dieses Gefängnisartige hat mich so ein bisschen an Cube erinnert. Total. Auch von der Inszenierung her, ja. Ja, genau. Und ansonsten habe ich mich auch noch ein bisschen an Snowpiercer erinnert gefühlt. Da war das Ganze ja ein langer Zug, da hat ja jeder Waggon im Prinzip eine Gesellschaftsschicht wiedergespiegelt. Und hier sind es halt Ebenen stattdessen. Wir bewegen uns nicht von dem hinteren Zug, äh, von dem hinteren Waggon zum vorderen Waggon, sondern wir bewegen uns auf und ab, ne, wie der Protagonist springt halt sozusagen in den gesellschaftlichen Ebenen und muss sich immer unterschiedlichen Bedingungen, unterschiedlichen, ne, Lebensmittelvorrat vornehmlich natürlich, findet er halt vor und vor allem halt auch unterschiedliche, ne, eigentlich ja relativ ähnliche Ideologien, ne. Also, weil ja die Figuren im Prinzip alle immer irgendwann mal auch in der höheren Etage sind und halt auch wissen, wie es unten ist und sich dann trotzdem halt nicht den großen Kontext, ne, sehen, sondern immer nur sich gerade selbst in ihrer Situation, ne. Ich habe reilig, sich zu essen. Ich stopfe mir den Bauch voll. Ja, und ich, im wahrsten Sinne des Wortes, scheiß auf die unteren. Genau, stimmt. Besser als Solidarität, was ja die ganze Zeit auch von der Hauptfigur versucht wird zu fördern, ist Scheiße. Weil er droht ja schließlich mit Scheiße, weil er ja versucht, den Menschen über sich und unter sich klarzumachen, dass man das ganze Problem gemeinschaftlich angehen sollte. Und wenn jeder seine Portion nimmt, dann bleibt halt auch für jeden etwas übrig. Ja, und weil die alle in diesem System halt sind, ne. Alle, wie man sagt so schön, alle sitzen im gleichen Boot und alle existieren hier im gleichen System. Da hast du schon angesprochen, das ist halt nicht wie bei Snowpiercer von hinten nach vorne, sondern halt wirklich so, wie es halt auch sprichwörtlich immer gesagt wird, ne. Die da oben, die da unten, ne, die ganz unten. Jetzt hat man das wirklich genau wie dieses Bild dargestellt. Das ist, es gibt so zwei Probleme, die ich mit dem Film habe. Das ist zum einen, diese Symbolik ist so offensichtlich. Das ist richtig. Es ist nicht wirklich subtil. Das ist, mich manchmal schon so ein bisschen genervt hat. Das, also ich finde das gut. Ich bin ja selbst jemand, der viel über diese Thematiken spricht, sich austauscht und denen das wirklich interessiert. Und ich freue mich jedes Mal, wenn das irgendwie auf die Leinwand kommt, wenn es verfilmt wird. Das ist mir hier, wie gesagt, teilweise einfach, also ist das so offensichtlich und so mit dem Silbertablett geliefert oder mit dem Silberlöffel gefüttert, um mal dieses Bild zu bedienen. Dass du ja teilweise gedacht hast, so ja, gut, ist ja, ist ja klar. Es gibt allerdings sehr viele gute Ideen, weil man sich natürlich auch dann fragt, wie kann man jetzt da mit 100 Minuten füllen oder der geht, glaube ich, noch länger, ich weiß nicht. Wie kann man jetzt da diese Spielzeit mit füllen? Der hat ein paar sehr coole Einfälle und gerade das, was du eben gesagt hast, dass jeder sich mal in der Situation befindet. Das ist ein sehr cleverer Einfall. Das hat mir dann wieder sehr gut gefallen. Insgesamt finde ich den Film gut. Ja. Auch sehr gut. Ich war auch, ich konnte da nicht ausschalten. Ich wollte die ganze Zeit wissen, so, ey, was ist denn da? Und irgendwann gibt es ja diese Idee, mal runterzufahren, gucken, wie viele Ebenen das sind. Das hat mich tatsächlich auch ziemlich an Dante Alighieri erinnert. Natürlich. Auch die Zahl, ne? Natürlich ist, ja, es ist halt auch wieder klar. Es ist natürlich logisch, wo das herkommt. Und halt hier die göttliche Komödie. Der zweite Aspekt, der mich dann, aber das ist eine persönliche Sache von mir, der mich stört, ist halt dieser religiöse Aspekt, der da am Ende so eine Rolle spielt, weil der, unser Protagonist, letztlich dann so ein Märtyrer ist. Ja. Der sich opfert für, nicht nur für seine Sünden, sondern quasi für die Sünden aller. Wie das jetzt passiert, sagen wir nicht, ne? Ich sag nur, er wird so eine Art Märtyrer. Dieses religiöse Bild, das ist nicht mein Ding. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von, aber im Kontext dieses Films passt das und es ist gut erzählt. Ja. Ja, da sag ich wirklich nur, dass das eine persönliche Sache von mir ist. Ansonsten, ja, bin ich froh, dass es diesen Film dann auf Netflix zu sehen gibt und dass er gemacht wurde. Es ist echt ein cooler Film. Den werde ich mir definitiv auch nochmal ein zweites oder drittes Mal angucken. Ja, die Hoffnung ist ja grundsätzlich auch bei guten Netflix-Filmen immer, dass die dann auch irgendwann mal für den Home-Entertainment-Bereich erscheinen. Ja, der ist ja nicht von Netflix, ne? Also der ist ja kein exklusiver Netflix-Film. Bestimmt auch wieder. Ja gut, aber dann wird man den ja wahrscheinlich irgendwann auch mal auf Scheibe kaufen können. Bestimmt, ja. Ja, das würde ich nämlich tatsächlich auch machen, weil ich fand den durchweg spannend. Ich fand, der hatte ein paar interessante Denkanstöße, auch wenn wir die natürlich selbst schon hatten. Beziehungsweise, das sind ja auch Themen, sag ich mal, mit denen sich man normalerweise immer auseinandersetzt. Ich fand den dann teilweise auch ein bisschen zu unsubtil. Dafür hat mir dann aber der Gore, ne? Weil das da Richtung Ende dann so ein bisschen Richtung Kannibalen-Horror geht, hat mir sehr gut gefallen. Überhaupt die Inszenierung, dass man immer so, das ist ja so ekelhaft, wie die sich halt die Bäuche voll, voll, ne? Also über dieses, die matschen ja überall mit ihren Händen rum und stopfen sich das halt ins Maul, hätte ich beinahe gesagt, ne? Aber so wirklich ins Gesicht und dann schmatzen die da rum und du hast halt so diese schön angerichteten Speisen. Ja. Und dann irgendwann ist da nur noch so, das ist schon eklig. Und das ist also von der Inszenierung, also vom Sounddesign und von der Kameraführung wirklich sehr, sehr gut eingefangen, ja. Auf jeden Fall. Also von mir auch eine ganz klare Empfehlung. Ich habe bei Netflix natürlich den Daumen hoch gemacht, selbstverständlich. Was hast du denn sonst noch geschaut? Ansonsten habe ich noch so viele Filme geschaut, erst gestern nochmal mich davon überzeugt, dass der Terminator, Dark Fate, eigentlich ein ganz netter Actionfilm ist. Dass Jack Palance in der Graf-Dracula-Verfilmung eine absolute Katastrophe ist, weil man jedes Mal, wenn er böse gucken will, aussieht, als müsste er gleich einen Furz von sich geben oder auch als ob er Dünnschiss hätte. Apropos Furz, es wundert mich gerade, dass du Dark Fate nochmal geguckt hast. Terminator, wahrscheinlich mit dem Rolf, ne? Ja. Ich wusste es. Aber wieso wundert dich das? Ja, also ich fand den ja auch okay, solide, aber ich habe den damals in unserem Videoreview ja auch als solide und okay bewertet, aber ich habe jetzt nicht so den Drang, den nochmal zu gucken. Ja gut, hatte ich jetzt auch nicht, aber den hat er sich kürzlich gekauft und dann habe ich gedacht, ja, tut ja nicht weh. Ja, auf jeden Fall, kann ich verstehen. Genau. Dracula, Jack Palance, Katastrophe. Psycho 2 konnte ich mich wieder überzeugen davon, dass der zweite, der einzig weitere brauchbare Teil der Quadrologie ist. Das ist echt gut, ne? Ja, auf jeden Fall, weil der vor allem halt auch wenig an dem Grundschema vom Original verändert. Das Einzige, was mich an dem Film ein bisschen gestört hatte, war im Endeffekt, dass er am Schluss noch eine Figur da reingebracht hat, die nicht nötig war, eine Ersatzmutter. Wenn er sich das aufgespart hätte, wäre der sogar, fände ich, ziemlich gut gewesen. So war er gut. Das war mir dann am Ende etwas zu kompliziert, weil das auch so ein bisschen die Logik, die Kausalität so ein bisschen hinterfragt hat. Aber ansonsten hatte ich mir noch einen Beitrag angeschaut, einen kleinen feinen Low-Budget-Streifen von Herrn Katz. Ein weiteres Regie-Debüt, das hatten wir eben gar nicht gesagt, dass der Schacht auch ein Regie-Debüt war. Ja, korrekt. Sheep Thrills aus dem Jahre 2013. Eine schwarze Satire mit Pat Healy unter anderem und Sarah Paxton. Ja, der lief auf dem Fantasy-Filmfest damals. Ja, richtig. Geiler Film. Ganz großartigen David Köchner. Also den Film, den schaue ich mir tatsächlich immer wieder sehr gerne an, weil der ähnlich wie der Schacht so eine Satire auf, ja in dem Fall jetzt, ja auch schon kapitalistischen Ideologien ist, aber vor allem halt auch. Total. Wie weit gehst du für Kohle? Für Geld, für Geld jetzt. Ja, genau. Wir haben hier Familienvater Craig, der wird halt von Pat Healy gespielt. Der steht im Prinzip am finanziellen Abgrund. Ihm droht auch eine Zwangsräumung und dann verliert er auch noch seinen Job. Das heißt, er weiß nicht weiter und will seinen Kummer in einer Bar in Alkohol ertrinken und trifft dort zufällig einen alten Freund. Und zusätzlich noch auf ein wohlhabendes Pärchen, das die beiden im Prinzip für Geld zu Mutproben, zu kleineren Mutproben überredet. Das fängt damit an, dass sie ein Getränk trinken sollen, dann sollen sie eine Bedienung auf den Hintern klopfen, dann sollen sie eine Ohrfeige von einem Gast dieser Bar kriegen etc. So ein paar kleine harmlose Mutproben, die aber immer sich immer weiter steigern und immer härter werden. Und so ein anfänglich harmloses Spiel wird dann letztlich zu blutigen im Ernst. Ich finde halt erstens interessant, dass wir hier zwei relativ ähnliche, zumindest was den Punkt, in dem sie in ihrem Leben stehen, ähnliche Figuren haben. Auch wenn sie aus unterschiedlichen Lagern kommen, stehen sie halt wie gesagt beide jetzt nicht unbedingt besonders gut da. Und wie weit sie halt nicht nur dafür gehen, um an Geld zu kommen, sondern auch das, was das alles mit sich bringt halt, die ganze Erniedrigung. Und demgegenüber setzt man halt so ein wohlhabendes Pärchen, das so schamlos mit ihrem Besitz spielt. Da stellt sich ja im Laufe des Films raus, dass das Ganze eine Art Geburtstagsgeschenk an die Frau ist. Wie weit die halt auch schamlos sozusagen das Vertrauen der beiden ausnutzen und auf deren Kosten, sag ich mal, sich halt amüsieren. Und die beiden müssen halt echt eine ganze Menge an Mut prummen. Natürlich freiwillig, aber es lockt halt wirklich tatsächlich das große Geld. Und das entpuppt halt auch den Menschen, jetzt in dem Fall, nicht unbedingt jeden Menschen, aber in dem Fall halt die Habgier eines Menschen, der das große Geld sieht und dafür halt alles tut. Man muss ja nicht nur das große Geld sehen. Es ist ja schon häufig, dass es darum geht, um kleinere Beträge. Was machen Leute nicht alles nur, um Miete zu zahlen und essen zu können? Machen die größten Scheißjobs? Lassen sich wirklich, ich rede jetzt von der echten Welt, von unserer echten Welt, lassen sich knechten. Und auch wenn das jetzt harte Worte sind, aber wirklich viele Unternehmen, die brennen ihre Mitarbeiter aus. Ob das im Büro ist oder ob das in einem Supermarkt ist oder weiß ich nicht wo, ob das für ein Online-Versandhaus ist, was auch immer. Die Leute werden so hart rangenommen und müssen sich einfach komplett hingeben, bis sie nicht mehr können, bis sie ausgebrannt sind. Das Thema Burnout und so. Das noch nicht mal für großes Geld. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Aber jetzt heißt es wieder, der Manu, die linke Zeckel, der kommunistische Steineschmeißer. Ist mir egal. Ja, wäre aber auch übertrieben. Ist nun mal so, dass viele Menschen halt tatsächlich ordentlich gefickt werden. Und das meine ich jetzt nicht nur im körperlichen Sinne, sondern auch im psychischen Sinne. Ja, ich habe halt so ein soziales Gerechtigkeitsempfinden. Ich habe generell ein großes Gerechtigkeitsempfinden, aber auch auf sozialer Ebene findet sich das wieder. So, Bums, wollte ich nur mal gesagt haben. Cheap Thrills, geiler Film. Geile Satire. Der punktet vor allem halt durch ein geil reduziertes Setting und Handlung. Ein Tag, fast schon ein Kammerspiel, weil wir uns später wirklich nur noch quasi an einem Ort befinden. In der Wohnung der beiden wohlhabenden, des wohlhabenden Pärchens. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen gestört hat, ist, dass es manchmal etwas konstruiert wirkt. Der Zufall spielt hier häufig eine Rolle. Aber trotzdem fühlt sich das Ganze, auch wenn es ein wenig konstruiert wirkt, organisch an. Und im Prinzip ist es eine herrliche Perversion einer so modernen Reality-Game-Show. Also quasi ein bis auf das letzte Blut ausgetragener Wettstreit um das große Geld. Und damit halt auch eine krasse Kritik an dem hohen Stellenwert, den das Geld in unserer Gesellschaft nun mal hat. Ja. Absolut. Ich finde den Film auch echt gut. Gucke ich mir gerne an. Es gibt noch einen Film, der heißt 13 Sins. Der hat ein ganz ähnliches, wenn nicht sogar dasselbe Thema. Den habe ich nie gesehen. Du kennst den auch, ne? Ja, der war, glaube ich, tatsächlich auch ein Jahr davor ist der erschienen. Der war nicht ganz so gut. Der war auf jeden Fall nicht so geheilvoll, sag ich mal. Der war nicht so schön inszeniert. Der konnte jetzt nicht unbedingt durch großartiges Schauspiel überzeugen. Er hat halt keinen Pat Healy. Richtig. Das ist ja schon mal. Und keinen David Keschner. Und noch vieles andere nicht. Ja. Zum Abschluss unserer Geburtstagssendung. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Peter. Ach ja, dir auch. Alles Gute zum Vierten. Danke. Ja, wir haben... Es ist unsere Geburtstagswoche, sagen wir es mal so. Also, zur Feier des Jahres, kann man sagen, wären wir auch eigentlich nach Hamburg gefahren. Konnten wir jetzt aus gewissen Gründen natürlich nicht tun. Was wir da gemacht hätten, sagen wir euch jetzt noch nicht. Vielleicht holen wir das ja mal nach, so einen Hamburg-Trip. Ich mag die Stadt ja sehr gerne. Wir wären auf jeden Fall in den goldenen Handschuh gegangen. Sicher. Willst du da rein? Okay. Mal reingucken. Ich war sehr häufig in Hamburg, aber ich bin da noch nicht reingegangen. Okay. Muss auch nicht sein. Auf jeden Fall, zum Abschluss dieser Geburtstagsepisode habe ich auch noch einen Film aus dem Home-Entertainment-Bereich gewählt. Und zwar stammt dieser Film aus dem Konvolut, das mir der User Herbert Kaul-Bertlich zugesandt hat. Romeo's Bleeding habe ich hier auf DVD vorliegen von Euro-Video oder Euro-Video. Das ist auch hier mit Jet Li und A Liar, oder? Genau, das wäre Romeo Must Die. Hier hat er noch den deutschen Zusatztitel Ein Albtraum aus Sex und Gewalt. Ja, das ist nicht falsch. Da steckt schon sehr viel drin. Und da drüber, über dem Titel steht auch noch, er ist ein Bulle und er ist korrupt. Sie ist ein Killer und sie ist sein Verhängnis. Wenn wir sowas sagen würden, wäre das direkt wieder Spoiler. Oder wird es mit dieser Tagline und dieser kleinen Beschreibung der Film auch schon erzählt, im Prinzip? Ja, war mir fast klar. Ja, das klingt jetzt so, als wenn der Film nicht gut wäre. Nein, das stimmt gar nicht. Der Film ist super. Der ist aus dem Jahr 1993 von dem ungarischen Regisseur Peter Medak. Der hat auch so Sachen inszeniert wie Das Grauen, The Changeling. Der hat auch... Ach, ernsthaft, krass. Ja, ernsthaft. Das ist mein Ernst. Das ist cool. Das ist ein richtig geiler Film. Über den werde ich demnächst auch mal sprechen. Das ist eine Tatsache. Kannst du gerne machen. Ach, du meinst bei uns im Podcast? Ja, da darfst du auch gerne. Danke. Ja, sonst kannst du natürlich immer über den Film sprechen, wenn du möchtest. Der hat auch noch inszeniert die Crays. Da geht es um das Leben und die Verbrechen der britischen Gangster-Zwillinge Ronald und Reginald Cray. Da gab es nämlich auch nochmal eine Verfilmung mit Tom Hardy vor ein paar Jahren. Und der hat auch Species 2 inszeniert. Genug zum Regisseur. Den meisten dürfte der Film bekannt sein. Schade, finde ich, an dieser DVD. Also kein Problem, dass es eine DVD ist, aber die Bildqualität kommt nur... Nein, kommt eigentlich gar nicht über VHS-Niveau hinaus. Schade. Und der Film liegt nur auf Deutsch vor. Oh. Ich habe mir den trotzdem gegeben, um ein Retro-Feeling zu erzeugen. Es hat mich nämlich wirklich an die 90er Jahre erinnert, in denen ich halt viele VHS und teilweise auch in schlechter Qualität geguckt habe, mit deutscher Synchro. Hey, warum nicht? Zu der Geschichte. Gary Oldman spielt die Hauptrolle und der spielt einen korrupten Polizist namens Jack Grimaldi. Und der beschützt hauptsächlich Kronzeugen, oder hauptberuflich beschützt der Kronzeugen und verdient aber mehr Geld damit, dass er seine Schützlinge an den Mafia-Boss Don Falcone, der wird gespielt von Roy Scheider, den wir unter anderem aus Der Weiße Hai und so weiter kennen. Der Jack verpfeift die auf jeden Fall an den und die werden dann von dem auch umgebracht, von dem Falcone. Und eines Tages soll sich halt dieser Jack um die russische Auftragskillerin Mona Demarkov kümmern. Die wird gespielt von Lena Olin. Und plötzlich ist alles anders. Sein Leben verändert sich. Er verfällt ihr nämlich und sein Leben gerät komplett aus den Fugen. Es ist so ein Crime-Noir-Thriller mit sehr viel Sex, Erotik und Gewalt. Ja, nur gute Sachen. Blinkt gut. Nur gute Sachen dabei. Und das Besondere ist hier, dass das Drehbuch von einer Frau stammt, nämlich von Hillary Henkin. Und das merkt man auch. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, wenn ich das sage. Denn die Hauptfigur ist ein entmannter Loser, kann man so sagen. Der hat die Situation nie im Griff, wirklich zu keiner Zeit. Glaubt aber, dass er sie im Griff hat. Ist ja bei vielen Männern so oder Männern in Machtpositionen, die nicht bemerken. Wenn sie vielleicht mal die Kontrolle verlieren oder doch wirklich mal eine Frau die Kontrolle hat oder übernimmt. Also er hat die Situation nicht unter Kontrolle und er hat vor allem sich selbst nicht unter Kontrolle. Also weder seine sexuellen Triebe, da er ihr ja verfällt und somit auch immer wieder auf sie hereinfällt. Und er hat auch nicht unter Kontrolle, wo wir schon beim Thema sind, Kapitalismus-Trieb unter Kontrolle, da er halt immer die Kohle gerne nimmt und so einen ziemlich hohen Betrag schon angespart hat. Das versteckt er immer in einem Loch und er muss dieses Loch immer füttern. Allein dieses Bild ist schon so sexuell aufgeladen. Er muss das Loch füttern. Er macht sich zum Knecht von Geld und von Sex und vermeintlicher Liebe. Und er wird immer wieder ausgespielt von dieser Mona und das zieht sich so durch den Film. Also er hat eine Freundin, die er betrügt mit einer anderen Frau, die gespielt wird von Juliette Lewis, die in den 90ern in jedem Film mitgespielt hat. Ich mag die gerne, vor allem so in From Dusk Till Dawn und sowas. Die betrügt er dann mit dieser Mona und letztendlich betrügt er sich selbst die ganze Zeit. Somit ist das Ende sehr konsequent und er landet in der buchstäblichen Hölle. Was das bedeutet und wie die aussieht, das sage ich natürlich jetzt nicht. Die meisten werden den Film kennen und wissen, was ich meine und wer den nicht kennt, sollte sich Romeo is Bleeding auf jeden Fall besorgen und angucken. Er läuft momentan nicht auf Streaming-Plattformen, also zumindest ist nicht in dem Angebot inbegriffen. Man kann ihn sich, glaube ich, bei Amazon Prime leihen in SD und oder HD. Auf jeden Fall ist es eine absolute Empfehlung dieser Film für diejenigen, die ihn nicht kennen, für diejenigen, die ihn kennen. Es ist auch eine Empfehlung. Natürlich soll es sich halt nochmal angucken. Es ist ein sehr, sehr cooler Film. Ja, dann kann man sich ja direkt bei Herrn, wie heißt er, Herbert Kaulich? Herbert Kaul-Bärtlich. Kaul-Bärtlich kann man sich ja bedanken. Ich muss auch noch den, ich hatte mir ja neben Ring 1 und 2, hatte ich ja noch Dead Girl bekommen, sozusagen. Dead Girl, Dead Girl. What you gonna do? Santa Sangre von Alejandro Hodorowski. Danke, kenne ich ja schon. Aber Dead Girl, das wäre jetzt auch so einer, den ich noch gucken muss. Der Herr scheint ja einen ganz guten Geschmack zu haben, ne? Deshalb bin ich da mal sehr gespannt, was denn da so auf mich wartet. Auf jeden Fall. Der Romeo is Bleeding hat mich jetzt vor allem, da jetzt hier Gary Oldman in Jungen zu sehen ist und das auch so ein Crime, Drama, Thriller ist. Da habe ich mich, der an den Film Im Vorhof der Hölle erinnert, dem Original State of Grace heißt. Das ist auch ein sehr, sehr cooler Film. Da spielen auch noch Ed Harris und Sean Penn in den Hauptrollen mit. Den könnten wir vielleicht mal in unserem neuen Format besprechen. Wir haben jetzt ein neues Format, das wird wahrscheinlich Rückspiegel heißen, wie auch immer. Da werfen wir mal so einen Blick auf ältere Filme, die wir sehr cool finden. Sprich, am 29. März wird unsere erste Episode auf unserem YouTube-Kanal erscheinen. Da besprechen wir einen sehr bekannten und großen High-Film von Steven Spielberg. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie da die Leute darauf reagieren, wie ihr, liebe Zuhörer, das findet. Ob ihr da Bock habt auf weitere Sachen. Da könnte ich mir in so einem Rückblick durchaus nochmal vorstellen, über Im Vorhof der Hölle zu sprechen. Das ist nämlich auch ein Film, den kennen, glaube ich, gar nicht so viele. Der ist sehr geil. Dann hat er ja schon mal sehr viel gemein mit dem ersten Beitrag. Nein. Natürlich nicht. Ja, und damit möchte ich mich auch schon verabschieden. Peter, es war mir wie immer eine Ehre. Wir hören uns nächste Woche, geht es weiter mit Podcast. Am Sonntag kommt unser Special. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. Ich bedanke mich auch. Hat mir wie immer Freude bereitet, auch von dir ein paar Tipps zu kriegen. Ich kann dir jetzt ja auch mal abarbeiten. Wir haben ja im Moment alle ein bisschen mehr Zeit. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr uns auch nächste und übernächste und überübernächste Woche, wenn ihr da wieder einschalten würdet, um unseren Empfehlungen zu lauschen. Bis dahin. Bis bald.